Vielen Dank. Ja, toll, dass Sie heute Abend hier sind. Das freut mich riesig. Und für mich persönlich schließt sich heute so ein kleiner Kreis. Das ist mein erster Vortrag heute im Ruhrgebiet. Und was ich meine mit diesem kleinen Kreis, das erzähle ich Ihnen gleich. Titel heute Klima 2.0. Wir sind alle mit Computern unterwegs, mit Handys und so weiter. Ein Punkt Null, wir wissen, was das heißt. Das ist generell eine neue Version von etwas. Und leider ist es so, dass wir auch beim Thema Klima mittlerweile eine neue Version vor uns haben. Wir leben nicht mehr in unserem Urklima, in Klima 1.0, das Klima, was uns hat groß werden lassen als Menschheit. Es hat sich jetzt schon so viel verändert, dass wir in einer neuen Version heute schon existieren. Und was wir unbedingt vermeiden müssen, ist in Klima 3.0 abzurutschen. Das klingt jetzt sehr abstrakt mit diesen Zahlen, aber ich werde Ihnen gleich mal zeigen, was diese verschiedenen Stufen des Klimawandels für uns theoretisch eigentlich bedeuten können. Dieses Thema ist unfassbar dynamisch. Ich bin jetzt seit neun Monaten mit nichts anderem mehr beschäftigt. Ich war in grauer Vorzeit mal Meeresbiologe. Ich habe das jetzt mittlerweile wirklich auf Eis gelegt, weil nichts anderes mehr für mich Sinn macht, als jetzt die Klimakommunikation. Das Wissen, was ich mir angeeignet habe, über 30 Jahre als Forscher und 20 Jahre jetzt als Klimafolgenforscher, lässt mir keine Wahl. Alles andere macht für mich keinen Sinn mehr, außer über dieses Thema zu reden, das zu teilen, Leute zu motivieren, weil es gibt noch dieses kleine Fenster und es gibt auch noch hoffnungsvolle Elemente und die möchte ich heute auch zeigen. Das ist dann allerdings der zweite Teil des Vortrags, das Was-Tun. Und das ist hoffentlich dann auch für Sie schön realistisch. Als Hintergrund, ich habe in meinem Leben unfassbar viel Glück gehabt schon, ganz, ganz oft. Als kleiner Hepper so, als Teenager mit 15, 16, wo man nach Idolen sucht, nach Anleitungen sucht, da habe ich im deutschen Fernsehen immer wieder geniale Sachen gesehen, nämlich Naturdokumentationen. Werner Cimeck war mit dabei, Heinz Sielmann, aber auch diese zwei Herren, die dann einmal im Monat vielleicht auf dem Bildschirm waren und sie mussten da sein und 20 oder 15, wenn sie es verpasst hatten, Pech, dann war es das halt. Ja, einen Monat warten müssen, keine Mediathek, kein gar nichts, sie mussten da sein. Und das habe ich immer gemacht und habe mich daran wirklich auch aufgebaut und fand das so faszinierend. David Attenborough ist einer dieser Herren, er ist mittlerweile 93 Jahre alt, immer noch aktiv, ist einer der Naturfilmer überhaupt. Er hat immer wieder neue Dimensionen in die Filmerei, in die Naturdokumentationen reingebracht und er arbeitet seit über 60 Jahren für die BBC, die British Broadcasting Corporation in England. Fantastischer Mann. Aber am allermeisten Einfluss auf mich hatte dieser Herr hier, Jacques Cousteau. Und das hat er deswegen gemacht, weil er war der Erfinder der Unterwasserlunge, also die Tauchgeräte hat er mit erfunden. Und er war auch einer der allerersten, die es geschafft haben, dann auch Fotografie und Videografie unter Wasser durchzuführen. Das sind jetzt nicht Bilder von Jacques Cousteau, das sind Fotos, die ich gemacht habe, das ist ein bisschen höher auflösend, ein bisschen digitaler. Aber Jacques Cousteau hat schon in den 60er Jahren die ersten Unterwasserbilder gezeigt. Und eben auch von Korallenriffen, Korallenriffe im Roten Meer damals ganz besonders. Und da war es um mich geschehen, wie ich diese Vielfalt sah, die Farben und das alles, da habe ich gedacht, boah, das willst du auch machen. Und wie man dann so ist mit 16, dann hat man Träume und denkt, so einer will ich auch werden, will auch so ein Forscher werden, will auch mit Schiffen über die Welt fahren und Meere studieren. Tatsächlich habe ich dann nach kurzen Umwegen mit 23 diesen Traum wahrgemacht und bin dann wirklich nach Australien gegangen und habe Meeresbiologie studiert und bin an die beste Uni für Korallenriff-Ökologie gegangen. Die war in Townsville, das ist in Queensland oben an der Nordostküste Australiens. Da habe ich dann meine ersten Studiengänge gemacht und habe dann wieder richtig Glück gehabt und habe einen Job bekommen bei der Meeresnationalparksverwaltung für das große Barriere-Riff. Direkt aus der Uni raus, direkt den ersten Job reingelaufen, durfte dann auch in Australien bleiben dadurch, dass ich diesen Jobangebot hatte, war genial. Mein erstes Studienobjekt war diese komische Kreatur. Das ist der Donnenkronen-Seestern, das ist ein Fressfeind der Korallen. Und damals wurde dieser Seestern als die weltweit größte Bedrohung für Korallenriffe angesehen. Das war die größte Bedrohung, weil es nämlich manchmal sogenannte Outbreaks davon gibt, wo manchmal Zehntausende, manchmal Hunderttausende von diesen Seesternen an einem Riff auftauchen und innerhalb von wenigen Monaten das Riff leer fressen können. Das ist damals passiert und wie gesagt, da war ein riesiger Forschungsfokus auf diesem Tier. Das änderte sich aber dann ein bisschen später. Ökologie ist eine dieser Elemente der Wissenschaft überhaupt. Ich war also in Wissenschaft drin, ich war in Forschung drin und Wissenschaft schafft Wissen. Das ist der Fokus. Aber es hat manchmal ganz merkwürdige Zusammenhänge, die die Ökologie freilegt. Beziehungen zwischen physikalischen Systemen, biologischen Systemen, Chemie, Physik, all sowas. Und leider kriegen Sie auch davon heute Abend eine gute Menge ab. Auch da ist jede Menge Physik dabei und ein bisschen Chemie. Aber was ist denn zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Kanarienvögeln, Korallenriffen und Klima? Ist jetzt vielleicht intuitiv nicht unbedingt so offensichtlich, was das ist, aber da ist tatsächlich was, was die beiden verbindet. Und hier schließt sich für mich jetzt der Kreis mit dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet als ehemalige Kohleförderungsstätte war ganz, ganz wichtig. Auch schon Beispiele hier, Kohlenminen in Australien, auch da wurde dasselbe Prinzip angewandt, nämlich dass jemand Kanarienvögel, die Minenarbeit, die Kanarienvögel mit in die Minen runtergenommen haben, in kleinen Käfigen, die dann auf einer Stange saßen. Da war es jetzt so, wenn der Kanarienvogel auf einmal ohnmächtig von der Stange fiel, dann wussten die Minenarbeiter, oh oh, hier stimmt was nicht, hier sind Gase, die sind auch für mich schädlich, nämlich Kohlendioxid, Kohlenmonoxid. Die elegante Version dieser Käfige war dann die mit dem kleinen Sauerstofftank obendran. Das war gut, weil da konnte man den Kanarienvogel wieder zum Leben erwecken, aus seiner Ohnmacht befreien und konnte sich zusammen rechtzeitig aus dem Schacht rausziehen. Aber die Funktion des Kanarienvogels war ein Warnsignal. Es war ein Wächter für den Minenarbeiter. Das war seine Überlebensgarantie. Und Korallenriffe heute sind was Ähnliches. Sie sind auch ein Wächter, sie sind ein Warnsignal für uns. Wie gesagt, ich habe vor über 30 Jahren angefangen, diese Korallenriffe zu studieren. Und die ersten zehn Jahre sah das alles noch aus. Ja, mein Seestern, da kann ich mich darauf konzentrieren, wir werden Riffe immer haben. Alles nicht so schlimm. Aber dann vor ungefähr 20 Jahren änderte sich was, und zwar ganz massivst. Ich bekam damals bei der Meeresnationalparksverwaltung einen Anruf aus den Seychellen. Und die sagten, wir haben hier Zehntausende von deinem Seestern. War nicht mein Seestern, aber es waren Zehntausende da. Und da ich einer der Experten dafür war, wurde ich dann rübergebeten auf diese Seychellen. Dachte ich, okay, können wir machen, können wir denen ein bisschen beratende Funktionen darstellen. Kam an, bereitete mich vor auf meinen ersten Tauchgang, springe ins Wasser rein und dachte, boah, was ist das denn? 34 Grad Wassertemperatur bis runter auf 20 Meter Tiefe. Die Luft war 28, das Wasser war 34 Grad warm. Und als ich nach meinen üblicherweise schönen bunten Korallen schauen wollte, da sah ich nur so was. Dunkelgrau, braune Korallenhaufen, hier und da mal noch so einen weißen Dom zwischendrin irgendwo, aber die Farben waren weg, die Korallen waren zum Großteil abgestorben. Was da passierte ist, das war das erste globale Korallenbleichen, durch Temperaturstress ausgelöst. Die Korallen sind ein symbiotisches Wesen, da ist einmal das Tier selber, der Polyp, der hat aber auch unter seiner Haut, hat er Algenzellen. Und diese Algenzellen über Photosynthese bereiten bis zu 95 Prozent der Nahrungsquelle für diesen Korallenpolypen auf. Das Dumme ist, bei ungefähr 31 Grad haben die Algenzellen einen richtigen Stress. Und dieser Stress sorgt dafür, dass sie Giftstoffe produzieren. Diese Giftstoffe gehen in das Gewebe der Koralle über und die Koralle merkt, oh oh, hier stimmt was nicht und schmeißt diese Algenzellen aktiv raus, sie spuckt die wirklich aus. Und was sie auf einmal nur noch übrig haben, ist eine kleine dünne Korallenhaut sozusagen, das Gewebe des Polypen und darunter sehen sie das weiße Skelett der Koralle. Aber die Farbe ist weg, weil die symbiotischen Algen verschwunden sind, durch den Temperaturstress. Wenn Ihnen jemand von heute auf morgen 95 Prozent ihrer Nahrungsquelle wegnimmt, dann haben sie ein Problem. Und höchstwahrscheinlich wird man irgendwann mal verhungern. Und genau das passiert mit Korallen. Wenn die innerhalb von acht Tagen diesen Temperaturstress nicht irgendwie reduzieren können, dadurch, dass halt kühleres Wasser reinkommt, dann verhungern die Korallen und sterben ab. Das ist der Prozess des Korallenbleichens. Und als ich auf den Seychellen war, da ist einige Wochen vorher, war schon der Haupttemperaturstress, 95 Prozent der Korallen starben ab, innerhalb von wenigen Wochen. Also die ganzen Riffe, da war so gut wie nichts mehr da. Da waren hier und da nochmal eine kleine Kolonie. Das war absolut dramatisch und es war Teil des weltweit ersten globalen Korallenbleiche-Events, der da ablief. Überall war es, bis auf 30 Meter Tiefe hatten wir diese Temperaturen. Das war ungefähr zwei, drei Grad über dem, was diese Riffe normalerweise erleben im Sommer. Die hören so bei 30 normal auf, 31 maximal. Das heißt, wenige Grad drüber, ein, zwei Grad über dem, wie es sein soll, kann ausreichen, um ein ganzes Ökosystem komplett auszumerzen. Das müssen wir uns mal merken hier. Wir haben generell alle physiologische Obergrenzen. Wir haben eine Wohlfühlzone, wir haben eine Zone, in der wir funktionieren. Bei uns ist es bei 42 Grad plus, ist es aus bei uns. Die Proteine zersetzen sich bei hohem Fieber. Wir haben eine physiologische Obergrenze und wir haben eine Wohlfühlzone bei 36, 37. Das trifft generell auf alle anderen Arten auch zu. Sie haben auch eine physiologische Obergrenze. Das müssen wir uns jetzt mal merken. Das Interessante, da hatte ich wieder Glück, das ist jetzt das dritte Mal richtig dickfett Glück, als ich da tauchte und die ersten Bestandsaufnahmen machte, dieser Korallenbleiche, war jemand von der Weltbank mit dabei, der auf den Seychellen ein anderes Projekt ins Leben rufen wollte. Mit dem bin ich dann tauchen gegangen und konnte ihm sagen, was da gerade passierte und konnte ihm sagen, das ist einzigartig, das hatten wir noch nie. Wir wissen gar nicht, was jetzt folgen wird. Und der gute Mann ist dann nach New York zurück und hat innerhalb von sechs Wochen, hat er Gelder klar gemacht, für fünf Jahre durfte ich danach die Korallenriffe der Seychellen studieren und durfte beschreiben, was da jetzt gerade passiert, was die Auswirkungen waren langzeitlich, welche Arten überlebten und so weiter. Das war absolut genial und das wurde dann meine Doktorarbeit. Diese Arbeit, diese Folgenforschung an den Korallenriffen. Der gute Mann hier war mein Professor damals an der Uni in Brisbane und der nahm sich damals alle vorhandenen Klimadaten, das ist 1998 jetzt, hat sich hingesetzt, hat seine eigenen Modellierungen gemacht und sagte damals, wenn wir so weitermachen mit CO2-Emissionen und der globalen Erwärmung generell, dann würde ich sagen, ungefähr 2050 wird es soweit sein, dass wir jedes Jahr, jeden Sommer diese kritische 31-Grad-Marke überschreiten werden. Und dann haben wir dauerhaft Bleichen und die Riffe werden das nicht aushalten können. 2016, 2017 war es aber schon soweit. Am großen Barriere-Riff hatten wir zwei Sommer hintereinander dieses massive Korallenbleichen. Wir haben nicht warten müssen bis 2050, sondern 2016 und 2017 war es schon soweit. Also ganz klar, die Prognosen mit den Daten, die man damals hatte, waren ultrakonservativ. Sie waren zu vorsichtig, zu konservativ. Und jetzt werden Sie es vielleicht nicht glauben, vor Ihnen steht das Konservativste, was Sie sich vorstellen können, ein Wissenschaftler. Wir haben nämlich ganz stringente Kriterien in der Wissenschaft. Bevor wir etwas publizieren dürfen, müssen wir in den meisten Fällen 95% oder mehr Sicherheit haben in den Aussagen, die wir machen wollen. Wir müssen Statistiken vorlegen und aufzeigen, wo besagt wird, ich bin mehr als 95% sicher, dass das Muster, was ich hier beschreibe oder die Änderung, die ich beschreibe, wirklich real ist. Die stringentesten Kriterien, die sich vorstellen können. Das ist ein kleines zusammenfassendes Bild, was den Zustand der Riffe an vielen Gebieten weltweit jetzt aufzeigt. Das ist zwei Jahre nach dem Korallenbleichen auf den Seychellen in 2016, zwei Jahre später. So sieht es auch heute noch da aus. Sie sehen praktisch nur abgestorbene Korallenstöcke mit Algen überwachsen, kaum noch Fische und so weiter. Dieses System ist einfach kaputt. Das ist kaputt. Da ist hier und da noch eine kleine Koralle, die versucht, sich zu etablieren. Aber im Endeffekt, das hat mit Korallenriff nichts mehr zu tun. Ich war auch Anfang des Jahres wieder da, habe dieses Bild auch noch mal gemacht jetzt und danach habe ich mir gesagt, was soll das, so kannst du nicht weitermachen. Ich fing an als Forscher, ich wurde dann Klimafolgenforscher, obwohl ich mir es nicht ausgesucht hatte, aber die Korallenbleiche waren nun mal da. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass ich mich gefühlt habe wie so eine Art Friedhofsgärtner. Bei jedem Forschungstrip immer einfach nur das sich anzuschauen und zu sehen, was da jetzt vor einem ist und dass eben nicht mehr viel zurückkommt. Ich konnte so nicht weitermachen. Und deswegen bin ich auch heute hier und mache generell auch jetzt diese Touren wirklich hier durchs Land, weil es geht jetzt wirklich nur noch um Klimakommunikation. Wir brauchen nicht noch mehr Daten, wie der Zustand der Riffe ist. Wir wissen es. Wir wissen es genug. Wir wissen, wie dramatisch es ist. Es geht jetzt nur noch darum, dass man das, was man weiß, wirklich nutzt, um eben die Aktionen ins Leben zu rufen, die heute noch was bewirken können. Und deswegen bin ich heute hier. Aber ich habe schon meine Transformation, meinen Wandel durchgemacht in den 30 Jahren. Und was jetzt demnächst dabei rauskommt, das werden wir sehen. Auch ich bin in einer Dynamik, in einem Fluss, der sich ständig verändert. Diese wunderbaren Grafiken hier, die sind recht neu. Die kamen jetzt vor einigen Monaten raus. Das sind sogenannte Warming Stripes, Wärmestreifen. Die fangen generell auf der linken Seite an. Das ist das Jahr 1881. Und jeder Streifen ist ein Jahr. Und da ist die Wärmeentwicklung global dargestellt bis hier rüber, bis 2018. Und Sie sehen, je roter desto warm, ganz klar, teilweise in dem braunen Bereich. Das sind die Temperatursteigerungen, die wir weltweit gesehen haben. Und in diesen 30 Jahren, in denen ich meine Wissenschaftlerkarriere jetzt umgewandelt habe in Richtung Klimakommunikation, in den 30 Jahren ist sehr, sehr viel passiert, auch in der Diskussion über Klimawandel. Das fing mal an in den 90er Jahren, da haben wir alle über globale Erwärmung geredet. Da ging es dann nur darum, ja, es wird ein bisschen wärmer, vielleicht mal ein Grad wärmer, vielleicht ein bisschen mehr. Das war noch so ein Wohlfühlthema. Später merkte man, das ist ja eigentlich viel mehr als nur Erwärmung. Das heißt ja nicht, dass überall nur Erwärmung passiert. Im Klimasystem generell passieren Sachen. Dann fing man an, über Klimawandel zu reden. Und jetzt, im Heute, reden wir eigentlich vom Klimanotstand. Und warum das berechtigt ist, das werde ich Ihnen jetzt in den nächsten 20 Minuten oder so darstellen, weshalb wir wirklich im Klimanotstand auch heute schon sind. Und da wollen wir nicht hin. Das ist die letzte Stufe, die noch verbleibt. Das können wir uns nicht wirklich leisten. Wieder der Bezug zum Ozean. Hätten wir nicht zwei Drittel der Oberfläche der Erde von Ozeanen bedeckt und dieses riesige Volumen Wasser auf unserem Planeten, dann würden wir alle heute hier schon nicht mehr sitzen. Hätten wir uns so verhalten auf einem trockenen Planeten ohne große Wasserflächen, hätten so viel CO2 und andere Emissionen rausgelassen, dann wären wir heute hier unterwegs in den Temperaturbereichen, die wären nicht tolerierbar. Der Ozean hat uns bis jetzt absolut gerettet über seine Aufwärmefähigkeit, was CO2 und Wärme angeht. Und die Zahlen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ungefähr 90 Prozent der Wärme, die wir durch Klimagase in der Atmosphäre festgehalten haben, sind über die Ozeane aufgenommen worden. Das ist eine gewaltige Zahl. Wenn das in der Atmosphäre geblieben wäre, diese Wärme, wie gesagt, dann würde es uns heute schon nicht mehr geben. Aber der Ozean erwärmt sich auch massiv. Woher wissen wir das? Diese genialen Geräte spüren auf den Ozean rum. Das sind sogenannte Abo-Bojen. Davon gibt es über 3.000, fast 4.000, die weltweit rumdümpeln, in den Strömungen teilweise fest verankert, teilweise treiben sie nur einfach rum. Das Geniale an diesen Dingern ist, wir können die auf Kommando über Satelliten auslösen und sagen denen, jetzt tauchst du runter auf maximale Tiefe, was gerade unter dir ist. Dann tauchen die ab, messen die Temperatur, kommen wieder hoch, verbinden sich mit dem Satelliten und schicken die Daten raus. So können wir die Temperaturen weltweit über dieses riesige Netzwerk von Sonden und Bojen jederzeit messen. Wir haben einen unfassbaren Datenschatz, der uns sagt, was in den Ozeanen gerade passiert. Und das ist, was passiert. Das ist die Erwärmung, die wir sehen seit den 1940er Jahren. Das hellblaue ist der Bereich von 0 bis 700 Meter Tiefe. Und das dunkle ist der Bereich von 700 bis 2000 Meter Tiefe. Und Sie sehen, dass selbst die tiefen Bereiche des Ozeans, die niemals Sonneneinstrahlung haben, trotzdem auch massiv an Wärme zunehmen. Da ist es eben diese Speicherkapazität des Wassers, der aus der Atmosphäre so viel Energie aufgenommen hat. Und relativ gesehen ist der Anstieg der Temperaturen in den tiefen Zonen sogar größer als der in den Flachwasserzonen. Das ist das, was wir wissen von diesen Zusammenhängen und den ganzen Messdaten. CO2, wissen wir, ist der Auslöser für diese Erwärmung. Und da sehen wir auch über die letzten 50, 60 Jahre, wie immer mehr CO2 reingepumpt wird in die Atmosphäre. Wir messen das als ppm, parts per million. Und hier sehen Sie Linien, die zeigen, wie der durchschnittliche Zuwachs an ppm in der Atmosphäre in einer 10-Jahre-Periode ist. Und Sie sehen, dass in den meisten 10-Jahre-Perioden das immer weiter nach oben geht. Und das ist unsere aktuelle Dekade. Wir legen immer mehr zu, es kommt immer noch mehr CO2 rein. Und die Konzentrationen steigen schneller an, als Sie es jemals getan haben. Und diese Grafik ist absolut faszinierend. Wer die versteht, der versteht, wie auch das Klimasystem Erde funktioniert. Das sind CO2-Werte gemessen an vier verschiedenen Stationen. Wir haben in Blau Barrow, das ist in Alaska, also ganz nah am Nordpol. Dann haben wir in Rot Mauna Loa, das ist auf Hawaii. Immer noch Nordhalbkugel, aber ein bisschen näher so Richtung Äquator. Dann haben wir in Grün American Samoa, das ist genau auf dem Äquator. Und wir haben in Gelb eine Station in der Antarktis. Also wir gehen über den gesamten Planeten hier rüber, von Nord nach Süden. Und wenn Sie sich die CO2-Messungen dieser vier Stationen anschauen, dann sehen Sie, dass die Muster sehr, sehr unterschiedlich sind. Das Blaue in Kanada geht hoch und runter, extreme Ausschläge nach oben und nach unten. Die unteren, die niedrigen Messwerte für CO2, das ist der Sommer. Das ist, wenn auf der Nordhalbkugel die Vegetation da ist, wenn wir Blätter haben, das Wachstum der Pflanzen ist da, da werden massive Mengen CO2 aus der Atmosphäre rausgeholt und wir haben die niedrigsten Werte des Jahres mitten im Sommer. Die hohen Werte, das sind die Winterwerte, wenn eben kein großartiges Wachstum in der Vegetation ist, dann haben wir die hohen Werte. Und dieses Jahr, Anfang des Jahres, im Mai war das genau, haben wir einen neuen Rekord erreicht. Wir sind weltweit bei 415 ppm. Diese Zahl, das ist ein gewaltiger Anstieg, den das darstellt. Als wir anfingen, Industrialisierung zu betreiben und Kohle zu verbrennen und Öl zu verbrennen, waren wir weltweit bei ungefähr 280 ppm. Wir sind jetzt bei 415. Wir haben das gewaltig hochgetrieben. Jetzt schauen wir uns mal Mauna Loa an. Ähnliches Muster noch, Nordhalbkugel, auch da wieder. Wir haben im Winter recht hohe Werte, im Sommer wird es weniger. Aber jetzt schauen wir uns mal hier das Grüne an. Äquator. Immer fast gleichbleibende Temperaturen. Die Bäume verlieren nicht ihre Blätter. Da ist immer Photosynthese, immer fast im gleichen Maße durch diese stabilen Verhältnisse. Und da gibt es auch keine großen Schwankungen im CO2-Gehalt. Dasselbe gilt auch für die Antarktis. Da haben wir ein paar Flechten, ein paar Mose, sonst wächst da nicht großartig was. Auch deswegen ist es hier relativ moderat. Aber was das uns zeigt, ist, dass an allen Stationen derselbe Trend abläuft. Überall steigen die CO2-Werte gleichmäßig. Und das ist etwas, was einzigartig ist in der Erdgeschichte. Es war noch nie so, dass wirklich global, über den ganzen Planeten gleichförmig, mehr oder weniger, die CO2-Werte als großer gemeinsamer Puls nach oben schnellen. Ja, wir hatten früher auch schon Klimaveränderungen. Ja, wir hatten kleine Eiszeiten. Wir hatten im Mittelalter irgendwelche Warmperioden. Das waren immer wesentlich lokale oder regionale Ereignisse. Die waren nie wirklich global. Das, was wir jetzt hinbekommen haben, ist zum ersten Mal, dass die ganze Erde sich als großer Organismus, als gemeinsamer Puls verhält. Und das sieht man an diesen Messdaten hier. Und es geht halt rapide nach oben. Wo sich das ansammelt oder wie sich das ausdrückt, das sind jetzt die Abweichungen, die Temperaturabweichungen von unserer Basislinie. Die Basislinie ist vor der Industrialisierung, also wo wir noch nicht so viele Emissionen in die Atmosphäre gehauen haben. Das sind die Temperaturabweichungen. Die Temperaturabweichungen sehen meist, das meiste ist konzentriert auf der Nordhalbkugel. Da haben wir die größten Landmassen, da haben wir die großen Emittenten, die viel CO2 rausgehauen haben über die letzten 120, 130 Jahre. Und Sie sehen besonders die polaren Bereiche hier in der Arktis. Ganz, ganz hohe Steigerungsraten. Wir sind da schon bei drei, vier Grad drüber teilweise über dem langfristigen Durchschnitt. Aber wo es passiert, wo der schnellste Wandel ist und der größte Anstieg an Temperaturen, das ist bei uns. Wir sitzen mittendrin. Das ist Europa, das ist die Nordhalbkugel. Wer immer glaubt, globale Erwärmung wäre ein Problem der Länder im Süden irgendwo oder irgendwie am Äquator oder so, ja, die haben auch Probleme. Aber den rapidesten Wandel erleben wir in den hohen nordischen Bereichen. Da müssen wir uns mal bewusst werden, dass wir mittendrin sitzen. Diese Grafik zeigt uns den Zusammenhang zwischen CO2 in der Atmosphäre und Temperatur. Fangen wir mal hier an. Hier ist das Jahr 2019. Wir gehen hier hoch. Wir sind bei ungefähr 415 ppm. Sind wir an dem Punkt. Jetzt gehen wir darüber und sagen, aha, das müsste uns bringen auf eine Steigerung von ungefähr 1,1 bis 1,2 Grad mehr global gesehen. Und das ist genau der Wert, den wir momentan haben. Das heißt, diese Kurve, dieser Zusammenhang, der hier dargestellt ist, zeigt uns das Verhältnis. Was eben CO2 auslöst im Temperaturbereich. Jetzt schauen Sie sich diese Grafik nochmal ganz genau an. Die sieht nicht so toll aus wie die anderen Grafiken, die ich Ihnen gezeigt habe. Die sieht so ein bisschen altbacken aus. Ja, bis so wirklich so 1980er würde man sagen. Stimmt. Das ist aus den 1980er Jahren. Jetzt raten Sie mal, wer diese Studie ausgebracht hat. Das waren die Ingenieure von Exxon, ESSO. Das sind die Ingenieure, die in den 1980er Jahren als internes Papier ihre Bosse informiert haben. Leute, wir wissen, was wir mit diesen CO2-Emissionen durch Verbrennung von Öl und Gas machen. Das ist der Zusammenhang an Temperatur und Anstieg, den wir haben werden. Damit müssen wir umgehen. Das sind die Papiere. Wenn heute noch jemand hinkommt und sagt, nee, das ist nicht menschengemacht, nee, da wissen wir gar nichts von. Die Ingenieure der Öl- und Gasfirmen selber haben die Beweise abgeliefert. Und zwar schon in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre. Und das ist nicht nur ein Dokument in dieser Richtung, was da existiert. Gehen Sie mal auf climatefiles.com. Das ist eine amerikanische Website. Und die ist hochinteressant. In den USA gibt es ein Gesetz. Das heißt Freedom of Information Act. Nach 30 Jahren darf jeder Mensch, jedes Dokument, was jemals in irgendwelchen Institutionen oder Firmen auch gedruckt wurde, darf er verlangen zu sehen. Und das muss in die Öffentlichkeit gestellt werden. Und das passierte hier mit diesen ganzen Klimadokumenten. Und wenn Sie da mal raufgehen auf die Website, da werden Sie bombardiert mit den internen Berichten der Öl- und Gasfirmen, die genau wussten, was sie damit taten mit der Weiterentwicklung der fossilen Energieformen. Vollkommen klar. Die Beweise sind da. Und was das Interessante ist, was jetzt gerade abläuft, auch gerade wieder in den USA, da sind jede Menge Gerichtsverfahren jetzt am Laufen, wo eben auch diese Firmen verklagt werden für willentliches Tun und willentlichen Schaden an der Umwelt. Und das spannendste Verfahren, was gerade läuft, da geht es um eine neue Begrifflichkeit, eine neue legale Begrifflichkeit. Sie haben vielleicht schon mal gehört von Homicide im Englischen. Homicide ist der Mord, der gewollte Mord an einem Menschen. Die neue Begrifflichkeit heißt Eco-Cide, der gewollte Mord an einem Ökosystem. Das wird gerade verhandelt als neues, als Verfahrensgrundlage. Da laufen hochinteressante Sachen ab, aber die basieren alle auf dieser Thematik und auf diesen Dokumenten, die da sind. Die sind für jeden zugänglich und deswegen, wenn irgendjemand Ihnen begegnet in einer Diskussion und sagt, nee, 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 das ist doch gar nicht menschengemacht, bitte mal darauf zeigen. Ja, wir wissen das ganz genau und wir wissen das schon ganz, ganz lange. Noch ein letzter Beweis dazu, man hört immer wieder in Diskussionen, ja, aber die Sonne, die ist doch vielleicht stärker geworden, da ist irgendwie was passiert. Die blaue Linie hier, diese da, das sind die Auswirkungen der Sonne und Vulkanausbrüche auf der Erde. Sie sehen, dass tendenziell eher eine Abkühlung da war. Ganz kurz ist es mal über unsere Nulllinie oder die Basislinie rausgegangen, aber das zeigt, erklärt nicht die Steigerung, die wir haben. Diese Linie hat uns sogar abgekühlt und was dahinter steht, das sind Schmutzpartikel in der Luft, das sind sogenannte Aerosole. Also Schmutzpartikel, richtig Dreck in der Luft, ist in der Lage, sozusagen Energie auch wieder rauszuschleudern aus der Atmosphäre, sorgt dafür, dass es eigentlich ein bisschen abgepuffert wird. Das Einzige, der einzige Faktor, der erklärt, was wir gerade durchmachen, sind die Greenhouse-Gase, sind die klimaschädlichen Gase und das sind die Messwerte, die wir weltweit haben und nur dieser Faktor erklärt ist. Vulkane haben nichts mit zu tun, die Sonne hat nichts mit zu tun, wir wissen das hundertprozentig, es gibt keine Ausreden. Das sind wir. Deutschland hat sich für lange, lange Jahre immer wieder, wie gesagt, geglaubt, wir wären so außerhalb dieser ganzen Szenarien, dieses Klimawandels. Wir sind nicht wirklich mittendrin. Das sind die Warming Stripes für Deutschland jetzt von 1880 bis heute und auch da sehen Sie, dass in den letzten Jahren ganz, ganz viel dazugekommen ist. Wir haben auch hier massive Änderungen. Wir haben sogar braune Streifen. Das sind Abweichungen 2, 2,5, fast 3 Grad teilweise über dem langfristigen Durchschnitt. Wir sind mittendrin. Wer das verleugnet, der lebt nicht so ganz in der Realität. Sie werden sich alle erinnern an diesen Rekordsommer 2018, diesen wahnsinnigen Hitzesommer. Ich brauche jetzt hier nicht durchgehen durch diese ganzen Details. Wir haben alle erlebt, wie das war. Wir haben sechs Wochen unter einer Hitzeglocke gesessen. Alles ist verdörrt und so weiter. Unfassbare Temperaturen. Aber zwei Punkte möchte ich doch hervorheben. Und zwar gerade, was die Ernteausfälle betrifft. Europaweit war diese Hitze. Das war nicht nur ein deutsches Phänomen. Und in ganz Europa waren die Ernteausfälle bei Getreide allein in der Höhe von ungefähr 16 Millionen Tonnen, die nicht geerntet werden konnten letztes Jahr. Und weltweit gesehen, das sagt die Feindenationen, die Agricultural Society, die sagen, dass das erste Jahr war, in der die Menschheit es nicht geschafft hat, über die Ernte an Getreide den eigenen Bedarf auch zu decken. Wir haben das nur geschafft, auszugleichen über Silobestände. Also 2018 war wirklich weltweit ein extremes, extremes Jahr. Hier sind ein paar Temperaturrekorde, die man sich auch mal genauer anschauen sollte. In Afrika, in Algerien ging es hoch bis auf 51,3 Grad. Im Oman, und das ist für mich die absolut erschreckendste Zahl hier, wurden im Juli damals 42,6 Grad gemessen, mitten in der Nacht, ohne Sonneneinstrahlung. Das ist die Nachttemperatur, das ist die Tagestiefstemperatur. 42,6 Grad. Das ist hohes Fieber. Wer da draußen war, der hat es eigentlich ohne Hilfe, ohne künstliche Kühlung eigentlich nicht überleben können. Das ist eine Nachttemperatur. Solche Bereiche haben wir schon teilweise erreicht. Das hier ist auch eine besondere Zahl. Für Tokio, 41,1 Grad. Das war gemessen zu genau dem Zeitpunkt, mitten im Juli, wo nächstes Jahr die Olympiade stattfinden wird in Tokio. Und das Olympische Komitee in Tokio hat sich zusammengesetzt und die sind durchgegangen, jetzt ihren Plan für die verschiedenen Aktivitäten. Die haben zum Beispiel gesagt, die Leichtathletik und Marathonlauf und verschiedene Radrennen, das können wir tagsüber gar nicht anbieten. Wenn wir ähnliche Konditionen wieder haben draußen, die Leute fallen uns tot um. Und deswegen ist das jetzt wirklich ungeplant worden. Wir werden ganz, ganz viele Nacht-Events, Nachtereignisse, Nachtwettkämpfe haben. Das ist eine versuchte Anpassung an die wahrscheinlichen Bedingungen und Konditionen, die auch da im Juli wieder auftreten werden. Aber sie reagieren wenigstens drauf. Das ist schon mal eine gute Sache. 2019 war jetzt nicht so viel anders. Ich werde Ihnen ein paar Zahlen jetzt von 2019 mal zeigen. Finnland, im Juni waren wir bei 32 Grad und zwar innerhalb des arktischen Bereichs. Das ist nicht irgendwie Südfinland, Helsinki, nein, das ist in der Arktis, im arktischen Bereich. Indien war bei 51,3 Grad unterwegs. Nicht nur an einem Tag, da war Zentralindien war für ungefähr sechs Wochen unter einer Hitzeglocke, wo die Tageshöchsttemperatur nie unter 50 Grad gefallen ist. Chennai, die sechsgrößte Stadt Indiens, hat Wassernotstand gehabt. Die gesamten Speicher drumherum waren weg, weil die Leute aus den Umgegenden dazukamen und es war einfach kein Wasser mehr da. Solche dramatischen Zustände sind da schon entstanden. In der Wissenschaft gibt es jetzt auch ein neues Feld und das ist sehr, sehr interessant und auch diese Website würde ich Ihnen ans Herz legen, carbonbrief.org. Da wird dargestellt, wie verschiedene Klimaereignisse weltweit wirklich jetzt mit globaler Erwärmung und menschengemachten Faktoren zu tun haben. Und da gibt es einen neuen Wissenschaftszweig sozusagen, das ist die Zuordnungswissenschaft, Attribution Science. Da geht es darum, wirklich zu gucken, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisses Ereignis überhaupt hätte passieren können, wenn wir nicht das und das beitragen. Und das ist wunderbar zu sehen, wenn Sie auf diese roten Knöpfe drücken, dann öffnen sich sogar die Studien. Da zeigt man Ihnen, wo die Beweise dafür liegen, dass das menschengemacht war oder wir es wesentlich wahrscheinlicher gemacht haben, dass das passiert. Nur die blauen sind echte natürliche Ereignisse, die auch so passiert wären, aber das rote sind die entscheidenden. Sie sehen, das ist die absolute Mehrheit und da sind jeweils die Beweise vorrätig, dass wir das gemacht haben über diesen künstlichen, menschengemachten Klimawandel. So, jetzt schauen wir uns mal an, die Trends in verschiedenen Zonen. Wir hören immer wieder die Zahl, global, ja weltweit ist das Klima wärmer geworden, ja und wir sind bei 1,1 Grad. Das klingt jetzt so fast nett, das ist so eine Wohlfühltemperatur, ja 1 Grad mehr, ist ja nicht so schlimm, ist ja irgendwie ganz okay. Ist aber leider nicht so. Wir hören uns mal anschauen, wie der Anstieg der Temperaturen jetzt gerade seit den 70er Jahren ist. Das geht jetzt massiv gerade nach oben. Und das Entscheidende hier ist, die Anstiegsrate ist so schnell, das ist typischerweise mindestens 0,2 bis 0,4 Grad pro 10 Jahre, dass ein Rekordsommer, zum Beispiel hier in diesem Jahr, ist ein paar Jahre später die absolute Norm, der absolute Durchschnitt. Dadurch, dass die Steigerungsrate so massiv ist und die schwächt sich auch nicht ab. Das ist auch da für uns, die Nachricht ist, der 2018er Hitzesommer, der wird in ganz, ganz kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Jahren, die Norm sein, der absolute Durchschnitt. Das wird Alltag sein bei der Steigerungsrate, die wir einprogrammiert haben. Und das geht weiter in diesem Maß. Das ist die globale Zahl, 1,1. Das ist Europa in 2018. In Europa waren wir in diesem Sommer letzten Jahres zweieinhalb Grad über dem langfristigen Durchschnitt. Wir waren also mehr als doppelt, doppelt so hoch in der Erwärmung als der weltweite Punkt. Und das ist ein Beispiel aus Deutschland, Potsdam, vom Potsdamer Klimaforschungsinstitut, bei deren Messstation, die waren teilweise 4 Grad über dem langfristigen Durchschnitt in 2018. Also hier ist der Beweis, wir sind wirklich mitten, mitten drin. Und die interessante Zahl hier ist, dass diese Temperaturen seit mindestens 120.000 Jahren auf dem Planeten nicht mehr da waren. Und das war lang, lang, bevor wir anfingen, irgendwelche Aktivitäten hier durchzuführen. Und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt schauen wir uns noch mal die 2018er Zahlen an, überhaupt die Zahlen für Deutschland, die veröffentlicht wurden, sind vom Deutschen Wetterdienst. Hier sind unsere Jahresdurchschnittstemperaturen. Sie sehen, wie die immer weiter nach oben schnellen. Und das richtig Spannende kommt hier. Diese schraffierte Zone, das sind Berechnungen von Computermodellen. Das sind Modelle, die Vorhersagen machen, wie das Klima sich wahrscheinlich weiterentwickeln wird in Deutschland. Und das ist die Obergrenze hier, dieser Projektion, dieser Vorhersagen, wenn man so will. Jetzt schauen Sie mal, was wir in den letzten Jahren geschafft haben. Wir sind regelmäßig deutlich über die Projektionen hinausgeschossen. Und auch 2019 wird wieder deutlich hier drüber liegen. Das heißt auch hier wieder, alles passiert schneller, es passiert wesentlich markanter und wir sind schon längst in dem Bereich, wo auch da wieder die Projektionen sich als sehr konservativ herausstellen. Man kann wirklich jetzt generell sagen, was die Wissenschaft momentan veröffentlicht in dem Bereich. Man kann gut und gerne noch 10, 20 Prozent drauflegen. Dann liegen Sie vielleicht in dem realistischeren Bereich. Die Beschleunigung der Erderwärmung momentan ist immens, absolut immens. 2018 zusammengefasst, hier ist der globale Snapshot. Und was hier dargestellt wird, sind die Abweichungen vom langfristigen Durchschnitt auch wieder. Und in Dunkelrot haben wir Bereiche, die neue Rekordtemperaturen erlebt haben. Und Sie sehen, Mitteleuropa hier ist auch wieder mittendrin. Wir hatten 2018 neue Rekordtemperaturen. Generell ist fast alles rot und rot heißt über dem langfristigen Durchschnitt. Wir suchen verzweifelt nach blau. Blau wäre ein bisschen kühler unter dem langfristigen Durchschnitt. Und da haben wir eine Stelle, die so ein bisschen heraussticht. Und das ist dieser Bereich im Atlantik, südlich von Grönland. Jetzt raten Sie mal, was da passiert in diesem Bereich südlich von Grönland. Da haben wir es mit einem anderen Phänomen zu tun, der uns eigentlich das Leben hier immer wunderbar gemacht hat, nämlich der Golfstrom, der sich abschwächt. Wir haben eine Abschwächung des Golfstroms, die jetzt schon eintritt. Und zwar ist es um ungefähr 15 Prozent schon abgeschwächt in den letzten 70 Jahren. Wird immer langsamer sozusagen. Das heißt, diese Warmwasserpumpe, diese warme Wasserquelle aus der Karibik erreicht uns nicht mehr in dem Maße, wie es früher gemacht hat. Wir liegen geografisch eigentlich so wie Kanada. Bei uns müsste es tendenziell kälter sein. Nur die Wärmepumpe aus der Karibik hat es uns geschafft, diese moderaten Bedingungen immer zu garantieren. Aber die schwächt sich jetzt leider gerade momentan ab. Müssen wir auch irgendwie auf dem Bildschirm haben. Dieser Streifen ist auch hochinteressant. Das ist mitten im Atlantik drin. Eine neue Höchsttemperatur in diesem Bereich. Vielleicht erinnern Sie sich, im August letzten Jahres ist zum ersten Mal ein Hurricane aus der Karibik den ganzen Atlantik überqueren bis nach Europa gekommen und ist in der Nähe von Lissabon eingeschlagen. Immer noch mit Windgeschwindigkeiten von 130 Stundenkilometern. Der hat es geschafft, wirklich den Atlantik zu überqueren. Das konnte er nur machen, weil die Oberflächentemperatur des Wassers so hoch war, dass diese Wirbelsturmstruktur gehalten werden konnte. Das ist über die Temperatur bestimmt. Das heißt, wir kommen langsam hier, zumindest in Südeuropa, in den Einzugsbereich auch von Hurricanes. Das wird getragen über die Wassertemperatur. Das ist 2018 zusammengefasst. Jetzt müssen wir uns ganz kurz nochmal die verschiedenen Gase anschauen, die klimaschädlich sind. Kohlendioxid reden wir hauptsächlich davon. Das ist so der aktuelle Stand. Wir haben aber noch zwei andere, die für uns wichtig sind. Und das Allerwichtigste davon ist Methan. Methan ist 32 Mal so klimaschädlich wie CO2. Ist aber kurzlebiger. Methan hält sich ungefähr neun Jahre in der Atmosphäre. CO2 hält sich im Durchschnitt 100 bis 200 Jahre, unter idealen Bedingungen auch mal 1000 Jahre. Heißt, dass alle Emissionen, die auch in Deutschland produziert worden sind, in den letzten 150, 170 Jahren entweder in die Ozeanen übergegangen sind oder noch in der Atmosphäre rumgeistern. Das heißt, unsere Verantwortlichkeit für diese Emissionen ist noch lange nicht vorbei. Da ist ganz, ganz viel von uns dabei. Deutschland ist nach wie vor, wenn wir alle Emissionen, die jemals emittiert wurden, zusammennehmen, auf Platz 4 weltweit. Wir haben einen ganz, ganz großen Anteil an diesem Budget. Sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten. Das sieht jetzt sehr technisch aus, ist aber immens wichtig. Ein paar Sachen, die muss ich hier hervorheben. Das ist der Zeitraum, den wir brauchen, um 400 Milliarden Tonnen in die Atmosphäre reinzuballern, an CO2. Früher hat das mal ganz, ganz lange gedauert, nämlich so viel, Hunderte von Jahren teilweise. Und wenn wir jetzt hier schauen, was wir in den letzten paar Jahrzehnten machen, das wird immer, immer schneller. Wir beschleunigen die CO2-Emissionen derartig, dass wir in den letzten zwei Jahrzehnten ungefähr die Hälfte aller Emissionen, die wir jemals rausgelassen haben, in den letzten 20, paar in 20 Jahren rausgeballert haben. Das heißt, es ist wirklich momentan, das ist eine Zuwachsrate, die ist absolut unfassbar. Was wir in den 120 Jahren davor gemacht haben, ist fast trivial sozusagen. Aber wir sind, wir beschleunigen das Ganze immer noch. Wir sind bei neuen Rekordwerten. Der UN-Weltklimarat, der auch dafür gesorgt hat, dass bei dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015 gute Daten vorlagen, an denen man sich orientieren konnte, die haben Berechnungen gemacht, auch wieder Modellierungen. Und die schauen sich an, was rausgehauen wird an CO2 und machen dann verschiedene Szenarien. Und ich möchte Ihnen jetzt ein Szenario mal vorstellen. Dieses nennt sich RCP 8,5. RCP 8,5 heißt Business as usual. Wir machen alle weiter, so wie wir bisher gemacht haben. Wir haben weiter unendliches Wachstum. Jedes Land macht, was es möchte. Und wir werden noch mehr fossile Energien verbrennen, noch mehr Öl fördern. Das ist RCP 8,5. Wenn wir davon ausgehen, Business as usual, dann werden wir auf Emissionen kommen von bis zu 100 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das ist die Prognose. Was heißt 100 Milliarden Tonnen pro Jahr? Das werden wir gleich mal sehen in einer Modellierung. Jetzt entführe ich Sie mal in die Arktis. Die ist für uns absolut wichtig, absolut entscheidend. Sie haben gesehen vorher bei der Grafik, der arktische Bereich erwärmt sich am aller, aller schnellsten weltweit. Da haben wir die größten Zuwachsraten. Schon drei bis vier Grad plus mittlerweile. Sie schauen bei diesen Grafiken jeweils genau auf den Nordpol. Der Mittelpunkt dieser Scheiben ist der Nordpol. Und in dunkelrot sehen Sie die Abweichungen, die positiven Abweichungen in der Temperatur. Jetzt schauen wir uns nur mal die letzten drei Jahre an, 16, 17, 18. Und auf der Skala hier sehen Sie, dass die Temperaturen vier bis fünf Grad über dem langfristigen Durchschnitt waren in den polaren Gebieten. Eine andere Art, das darzustellen, und ich möchte einen Monat jetzt hervorheben, wo eine Eins drin ist, das ist immer der wärmste Monat überhaupt, der jemals gemessen wurde. Im Mai diesen Jahres, Mai 2019, ich sehe die dicke, fette Eins drin, das war der wärmste Monat, der wärmste Mai, der jemals gemessen wurde in der Arktis. Und was hat das für Auswirkungen? Das ist wirklich ein Hammerfoto. Das ging wirklich um die Welt auch. Das wurde von Twitter veröffentlicht auch. Das war ein Forscherteam, ein dänisches Forscherteam. Die wollten mit den Schlittenhunden an ihrer Messstation, wollten einfach nur Messdaten abholen, die Sonden abholen, und mussten wirklich durch knöcheltiefes Wasser über den Gletscher da fahren. Und das Meereis war derart schon am Schmelzen. Und das war jetzt, wie gesagt, dieses Jahr, das war Anfang Juni, war das Ganze jetzt. Dieses Phänomen tritt manchmal auf, aber typischerweise kurz, im August, und dann sitzen ein paar Zentimeter. Diesmal waren wir so weit, dass wir im Juni schon knöcheltiefes Wasser hatten. Die Schmelzrate in Grönland überhaupt im arktischen Bereich war absoluter Wahnsinn. Die ist hier dargestellt. Da sehen Sie mal die Abweichung von dem normalen. Das sind unsere normalen Schmelzraten in Grönland übers Jahr verteilt. Das ist die Kurve für dieses Jahr. Das ist hier dargestellt. Über 40 Prozent der Oberfläche Grönlands hat Oberflächenschmelze gehabt. Da waren Sturzbecher, da war ein Volumen an Wasser, was da abging. Das ist unfassbar. Teilweise bis zu zwei Milliarden Tonnen pro Tag an Eis, was weggeschmolzen ist. Das sind richtig, richtig krasse Zahlen. Also es setzt früher ein, diese Schmelze. Sie ist wesentlich markanter und hält auch länger an. Das ist Grönland. Arktis, wie gesagt, insgesamt ist mindestens doppelt so schnell im Erwärmen wie der Rest der Welt. Wir kommen ein kurzes Stück dahinter, aber es ist schon wirklich sehr, sehr eklatant, was da passiert. Das Meereis, das arktische Meereis, hier sehen Sie die 1980er Jahre in lila, dann die 90er im Schnitt, die 2000er und da sind wir heutzutage. Wir haben immer, immer weniger arktisches Meereis im Sommer. Das Volumen, die Fläche, die davon bedeckt ist, beides wird immer weniger. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf dieses Szenario RCP 8,5. Das sind die Berechnungen, wir machen alle weiter so wie bisher, wir hauen noch mehr Emissionen raus. Die Berechnung der Wissenschaft war, okay, dann wird wahrscheinlich das Eis irgendwann gegen Ende des Jahrhunderts komplett wegtauen. Das ist diese Kurve, das sind RCP 8,5 Kurven, das sind die Projektionen. Die echte Messkurve, die echten Daten ist das. Wir sind so viel schneller dabei, wir sind hier auch wieder locker 40, 50 Jahre voraus, den prognostizierten Schmelzraten für das Eis unter dem Worst Case Szenario. Wir sind so viel schlechter noch in dem, was wir da gerade anrichten. Das ist wirklich phänomenal. Das sind die neuesten Zahlen dieses Jahres. Wir wissen, dass die Arktis weiter schmelzen wird und zwar mindestens im Bereich von 3 bis 5 Grad plus und das allein schon bis zum Jahr 2050. Sie können sich vorstellen, bei diesen Abweichungen von der Norm wird mit mehr als nicht mehr viel zu machen sein. Da wird nicht viel mehr als mehr bleiben. Und das ist ein richtig großes Problem. Jetzt stellen Sie sich vor, wir haben typischerweise in unserem nördlichen Sommer, die Erde neigt sich so ein bisschen Richtung Erde, wir haben in den polaren Gebieten da oben, haben wir dauerhaft Sonnenschein, die Sonne geht gar nicht erst unter, sie ist ständig diesem Wärmepool ausgesetzt, die Oberfläche da oben. Meereis, wenn es geschlossen da ist, ist wunderbar. Das ist nämlich ein Spiegel, der reflektiert die Wärmeenergie aus dem All wieder raus. Haben wir jetzt aber kein Meereis mehr, keinen reflektierenden Spiegel, sondern tiefblaues, dunkles Wasser da drunter, was wir jetzt immer mehr haben, dann wird diese Wärme aufgenommen. Sie wird eben nicht mehr rausreflektiert, sondern wir speichern die auch noch. Die Ozeane werden die aufnehmen. Und die Prognosen sind, dass wenn das Meereis im arktischen Bereich komplett weggetaut ist, und bei der momentanen Rate wird es so sein, die Sommer so ab 20, 25, spätestens 20, 30, werden komplett eisfrei sein. Dann haben wir da oben eine zusätzliche Wärmequelle und nicht mehr das Wasser es wegreflektiert, sondern wir nehmen nochmal geschätzt 25 Prozent mehr Wärmeenergie auf über diesen Bereich. Das ist der sogenannte Albedo-Effekt, den haben Sie vielleicht auch schon mal bemerkt selber. Wenn Sie im Sommer hier bei Hitze mit einem schwarzen T-Shirt rumlaufen, ist Ihnen nochmal heißer. Wenn Sie ein Weißes anhaben, was zurückreflektiert, ist es gefühlt um einiges kühler. So, und was ist jetzt das Problem damit? Wir haben dieses fehlende Eis jetzt in der nordpolaren Region. Das wird immer dünner, das wird gar kein ewiges, kein langes Eis mehr sowieso, und wir werden in einigen Jahren wahrscheinlich gar keins mehr da haben. Das hat eine weitere Auswirkung, die ist für uns jetzt extrem relevant. In der Arktis, unter diesen Voraussetzungen, haben wir eine neue Wetterschmiede, eine Klimaschmiede für uns. Der Normalzustand, wenn alles gut ist, haben wir geschlossenes Eis im Sommer da oben oder auch im Winter, und wir haben ein sogenanntes Tiefdruckgebiet darüber. Dieses Tiefdruckgebiet sitzt da, relativ prägnant. Wir haben wärmere Luft, natürlich Richtung Äquator, und diese beiden Luftmassen, das Warme und das Kalte wird praktisch voneinander ferngehalten über hohe Winde, den Jetstream. Der Jetstream ist wie, wenn Sie so einen Kreisel anpumpen, dann wird sich das praktisch immer wieder drehen. Sie haben einen perfekten Kreisel. Was wir jetzt machen, ist, durch die fehlende Kälte und dadurch das fehlende Tiefdruckgebiet im nordpolaren Bereich, bricht das System immer weiter zusammen. Wir bekommen Einbuchtungen in den Jetstream. Der fängt jetzt an, wirklich sich bis ins polare Gebiet auszudehnen. Wir kriegen diese, das ist so eine Art Omega-Formation. An diesen Knicken, und das ist wirklich so, wo sich das einknickt, sind die Winde nicht mehr so schnell, wie sie eigentlich sein könnten. Das heißt, das Ganze fängt an zu stagnieren, sitzt da einfach fest und bewegt sich nicht viel weiter. Und das war unser Hitzesommer 2018. Da haben wir für sechs Wochen innerhalb eines dieser Omegas festgesessen, was sich einfach nicht vom Platz bewegen konnte, weil die Jetstream-Winde nicht stark genug waren. Aber dieses ganze Phänomen entsteht nur dadurch, dass wir in der Arktis das Eis zerschossen haben, dass da nichts mehr da ist, was für unser Tiefdruckgebiet sorgt. Das ist das, was jetzt momentan da oben abläuft. Das passiert übrigens nicht nur einmal im Sommer, das kann uns jetzt auch im Winter passieren. Sie erinnern sich, Anfang des Jahres, Rekord-Schneefälle in Österreich, in Bayern, alle dachten, super Winter, ganz normal, also wo ist da globale Erwärmung? Ja, auch das war wieder diese polare Vortex, die nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. So sieht die normalerweise aus. Nordpol irgendwo in der Mitte, normal kreist die so rum, das ist der Kreisel. Was jetzt Anfang des Jahres passierte, durch Wärmeeinfluss, ist die in drei kleine Teile zerfallen. Wir hatten drei Mini-Kreisel und diese Mini-Kreisel halten nicht mehr zusammen, sondern die gehen ihren eigenen Weg. Und das sieht man hier. Das ist die kalte Luft, die vom Nordpolarmeer runterkam, über Russland runter. Hier ist Österreich, da ist Deutschland. Das brachte uns diese riesigen Schneemengen. Da kam die ganze kalte Luft runter. Im Austausch dafür muss andere Luft in Richtung polare Gebiete und das ist hier angezeigt, bang, das ist die warme Luft, die nach oben schoss. Und wir hatten in Grönland Temperaturen ungefähr 16 Grad über den Temperaturen, die sie hätten sein sollen für diese Jahreszeit. Das heißt, dieser Gefühl, schöne Winter mit dem schönen Schnee, gleichzeitig ist da oben die absolute Katastrophe gewesen. Wir haben einen Wärmeeinfluss gehabt, der wirklich so krass war, wie gesagt, hier sehen Sie 16 Grad oder so, die Abweichung davon. Und diese Muster, dieses zerbrechende Konstrukt der polaren Vortex und diese kleinen Omega-Formationen, das wird für uns die neue Norm. Wir werden immer wieder unter diesen Bedingungen zu leiden haben, weil wir einfach nicht mehr dieses wirklich schützende, reflektierende Eis im Nordpolarmeer haben. Das ist für uns fundamental wichtig, aber wir haben es nicht mehr. Was auch passiert, das ist wieder ein interessantes Thema, ist der Permafrost im Nordpolarbereich. Das ist eine gefrorene, normalerweise tiefgefrorene Eisschicht oder Bodenschicht, die auf einige Meter runtergehen kann. Jetzt schauen Sie sich mal an, wie das aussieht, diese Permafrostschicht hier. Dunkelbraun oder fast schwarz, das ist der pure Kohlenstoff. Da sind nämlich die Überreste, die tiefgefrorenen Überreste von fossilen Pflanzen, Tieren und so weiter, die damals direkt in eine Gefriertur gelegt wurden und nie auftauten, nie verwesten. Das heißt, der ganze Kohlenstoff ist alles noch drin. Jetzt durch die Oberflächenerwärmung, die wir erleben, tauen die jetzt auf. Wasser kann rein, Sauerstoff kann rein und diese Verwesungsprozesse kommen jetzt in Gang. Und diese Verwesungsprozesse lassen CO2 raus, Kohlendioxid, aber halt auch Methan. Da ist es wieder. Dieses 32 Mal klimaschädliche Gas kommt jetzt in großer Menge aus dem auftauenden Permafrost raus. Auch da wieder, was in der Arktis passiert, ist für uns fundamental wichtig. Das wird unser Klima wirklich für die Zukunft bestimmen. Da müssen wir drauf schauen. Hier ist der Trend, der globale Trend für Methan. Sie sehen auch, wie das nach oben schießt und auch das in neue Rekordbereiche. Das hatten wir vorher noch nicht. Und jetzt wird es richtig interessant. Als das Pariser Klimaschutzabkommen 2015 ausgehandelt wurde und man hat versucht zu berechnen, was wir denn alles einsparen müssen an Emissionen. Die Phase davor für die ganzen Berechnungen war eine Phase relativ stabiler Methanwerte in der Atmosphäre. Dadurch ging man davon aus, okay, Methan können wir erstmal ignorieren, das bleibt wahrscheinlich so, wie es ist. Ist aber nicht so. Danach fing es an, rapide nach oben zu schnellen. Das heißt, die Berechnungsgrundlage für Paris ist nicht mehr aktuell, ist nicht mehr relevant. Und was das für uns bedeutet, zeige ich Ihnen ein klein bisschen später. Aber merken Sie sich einfach mal, das ist das zusätzliche Methan. Und wir wissen jetzt auch, und das ist wirklich seit zwei Monaten erst raus, das ist eine neue Studie, wir wissen jetzt, wo dieses zusätzliche Methan herkommt. Das kommt zu einem ganz, ganz großen Teil von Fracking Operations. Das ist Gasextraktion über diese Fracking Methode, die im großen Stil in den USA und Kanada betrieben wird. Ungefähr 30, über 30 Prozent dieses zusätzlichen Methans, was wir nicht erwartet haben, was die Wissenschaft nicht erwartet hat, die Quelle davon ist, fossile Energien ist das Rausholen von Gas. Die Bundesregierung hat vor der Sommerpause gerade noch zugestimmt, ein neues Gas-Terminal oben da an der Elbe zu bauen, bauen zu lassen. Da haben sogar die Grünen zugestimmt und wer nicht alles. Da soll Gas aus den USA, was über Fracking extrahiert wurde, soll in Deutschland dann angelandet werden und hier verbrannt werden. Die Nebenwirkungen sozusagen davon sind diese zusätzlichen Methanquellen, die uns das Leben sehr, sehr schwer machen. Dazu kommen auch noch Methanquellen aus Mooren, die trockengelegt werden absichtlich oder die halt durch Klimaveränderungen mittlerweile austrocknen. Auch das ist eine große Quelle, eine biologische Quelle von Methan. Aber ein riesiger Anteil ist über Fracking. Fracking ist ein katastrophaler Prozess, der tut uns wirklich überhaupt nicht gut. Was da gerade passiert, und Sie sehen das hier wunderbar illustriert, das ist in der kanadischen Arktis. Diese Permafrost-Schmelzraten, die wir momentan sehen, die waren von den Computermodulationen her für das Jahr 2090 vorgesehen. Wir sind gerade mal 70 Jahre schneller, diesen Punkt zu erreichen, wo der Permafrost in diesem Maße da schmilzt jetzt. Und das ist allein schon der Wandel innerhalb der letzten 10, 12 Jahre. Das ist wirklich unfassbar schnell, was da passiert. Aber auch da wieder, unsere Freunde von Öl, Gas und Kohle sind uns da schon voraus. Die wussten schon länger, dass das da passiert und dass das auch weiter so passieren wird. Das ist eine Risikokarte, die man hat aufstellen lassen. Da geht es darum, festzustellen, welche Infrastruktur, Ölleitungen, Bohrtürme und so weiter, vielleicht jetzt davon bedroht werden könnten, in dem auftauenden Boden zu versinken. Das passiert nämlich jetzt im großen Stil. Hier ist ein Haus in Alaska, das versinkt gerade mal im Boden. Die Leute brauchten damals kein Fundament, da musste nichts drunter, kein Beton. Das war permanent gefrorener Boden, der jetzt auftaut und die Sachen fangen an zu verschwinden im großen Stil. Und hier sehen Sie in Rot und fast der gesamte arktische Bereich davon bedroht ist durch die Tauraten jetzt im Permafrost-Bereich. Das ist wirklich krass. In der Wissenschaft gibt es auch noch einen dritten Pol. Wir haben nicht nur den Pol in der Arktis und in der Antarktis, wir haben auch noch einen im Himalaya-Gebirge. Auch da jede Menge Eis, permanent gefroren, Gletschergroße. Fünf oder sechs der größten Flüsse Südostasiens entspringen alle im Himalaya, werden durch Gletscherwasser gespeist. Jetzt haben wir Projektionen und diese Studie können Sie sich auch mal gerne runterladen, die ist sogar kostenlos. 700 Seiten, wenn Sie mal wirklich Zeit haben, sich da mit Teil mit zu beschäftigen, das wird sogar jetzt schon kostenlos vertrieben, damit Leute sich da kundig machen können. Aber wir wissen auch hier, dass unfassbar schnelle Schmelzraten auftreten und wir wissen, dass mindestens ein Drittel der Gletscher auf jeden Fall bis 2050 verschwinden werden. Das ist die Wasserquelle der Südostasiens. Da hängen geschätzt 1,5 Milliarden Menschen dran, deren Wasserversorgung. Und die Beschleunigungsraten sind auch da immens und ein Großteil wird höchstwahrscheinlich verschwinden, wenn wir so weitermachen. So, und jetzt kommt ein ganz, ganz kritischer Punkt und das ist ein Orientierungspfeiler für uns, nämlich ein sogenannter Kipppunkt im Klimasystem. Das ist eine Studie, die kam auch letztes Jahr aus, 2018 und da werden Sie vielleicht ein oder zwei Namen erkennen. Hans-Joachim Schellenhuber, einer der Autoren, das ist der Direktor und Gründer des Potsdamer Klimafolgenforschungsinstituts. Der war über 20 Jahre da, ist mittlerweile auch in Rente, ist aber auch immer noch aktiv und klärt auf darüber. Und das ist sein Nachfolger, Johann Rockström, der jetzt das Potsdamer Institut leitet. Die beiden waren instrumental auch in dieser Studie und diese Studie sagt uns, unsere Berechnungen zeigen uns, dass wir irgendwo im globalen Klimasystem einen Kipppunkt haben, wo, wenn der überschritten wird, die Temperaturbeschleunigung nochmal zunehmen wird und wahrscheinlich auf eine Art und Weise, die dann auch nicht mehr zurückzudrehen ist. Und die Schätzung, und das ist jetzt wirklich eine Schätzung, das ist jetzt nicht so akkurat wie viele der Zahlen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, diese Schätzung sagt, das wird ungefähr bei zwei Grad sein, bei zwei Grad global. Wir sind heute bei 1,1 offiziell global. Wir haben im Ozean mindestens so viel Wärme besitzen, dass die nächsten zwei, drei Jahrzehnte wir noch da zusätzliche Energie wieder rausnehmen werden. Da sind nochmal 0,3, 0,4 Grad drin, sind wir schon bei 1,5 und pro Dekade, wenn wir so weitermachen, hauen wir nochmal mindestens 0,2 bis 0,4 Grad drauf. Das heißt, in 10, 15, maximal 20 Jahren unter dem Business as usual, was wir heute so gerade betreiben, würden wir diesen globalen Kipppunkt überschreiten. Und dann ist es eben nicht mehr reversibel. Dann kommt es zu all diesen Faktoren und wenn Sie sich diese Liste anschauen, dann müssen Sie eigentlich jetzt stutzen und sagen, ja, das ist doch alles schon. Diese Kipppunkte, diese identifizierten, die haben eigentlich sogar regional an verschiedenen Stellen wirklich schon angefangen. Wir sind wirklich ganz gar nah dran und deswegen diese Schätzung von 2 Grad, vielleicht liegt es auch ein bisschen drunter, wissen wir nicht ganz genau. Aber wir haben auf jeden Fall die ersten Indikationen, dass das so ist. Kipppunkt kann man sich auch vorstellen wie bei einem Dominosystem, der erste Stein wird angestoßen und der Rest rattert einfach runter und Sie können nichts mehr machen sozusagen. Das ist die Signifikanz von diesen Kipppunkten. Und dieses Paper wird allgemein als Hot House bezeichnet. Ganz, ganz wichtig für uns. Das gibt uns einen Orientierungspunkt, ein Ziel, was wir nach Möglichkeit eben halt nicht überschreiten sollten. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, was würde denn passieren, wenn wir 2 Grad überschreiten? Wohin würden wir uns denn dann hinbewegen? Gab es das vielleicht schon mal? Ich hatte am Anfang gesagt, Klima 1.0 ist das, wo wir entstanden sind sozusagen als Menschen, wo wir uns gefunden haben, wo wir uns etabliert haben in unseren Ökosystemen, unsere Futterpflanzen, unsere Tiere, all sowas, die fühlen sich alle bei Klima 1.0 wohl, unser Urklima. Und wenn wir mal in die Erdgeschichte zurückgehen, das ist die Phase hier, der letzten ungefähr 10.000 Jahre, unfassbar stabil, das Klima insgesamt. Kleine, ja, kleine Ausschläge, aber nichts Großartiges. Wir waren die ganze Zeit sehr, sehr moderat unterwegs. Und es ist kein Zufall, dass in diesem Zeitraum auch die Landwirtschaft und die Zivilisation generell, Städtebau, all das so seinen Anfang und seine Blütezeit hatte. Das ist Klima 1.0. Auch zu bemerken ist, dass solange es Menschen gibt, das ist dieser Bereich hier, wir immer permanent, wir hatten am Südpol und am Nordpol hatten wir Eis. Durchgehendes Eis. Jetzt schauen wir uns an, was wir jetzt gerade machen, in unser Klima 2.0. Hier ist unsere Wohlfühlzone und das haben wir in den letzten 120, 130 Jahren zustande gebracht. Diesen Zuwachs an Temperatur hier, massiv. Wir gehen wirklich aus diesem Wohlfühlbereich raus und wir schießen hoch in einem Tempo, das es wirklich so noch nicht gab. Das ist ganz neu, das hat eine ganz, ganz neue Qualität. Das ist Klima 2.0, da befinden wir uns gerade. Und wo wir absolut nicht hinwollen, ist die Klimakatastrophe 3.0, die gab es schon mal auf unserem Planeten. Vor ungefähr 65 Millionen Jahren schlug ein Meteorit ein und zwar in Mexiko, Yucatan. Massive Brände weltweit, alles mögliche wurde abgefackelt, Massensterben von großen Tieren. Die Temperaturen danach, in den Millionen Jahren danach, schossen hoch global auf 10 bis 15 Grad über dem, was unsere Wohlfühlzone ist. Jetzt schauen Sie sich mal an, wie lange das Ökosystem Erde braucht, um von so einem Temperatur, so einem Hochpunkt wieder runterzukommen in den modernen Artenbereich. Da müssen Sie schon mal locker 52 Millionen Jahre mitbringen, bevor wir wieder da unten ankommen würden unter natürlichen Bedingungen, um wieder in unserem Wohlfühlbereich zu sein. Das Ganze jetzt mal zusammengefasst, das ist wirklich unsere Erdhistorie der letzten 65 Millionen Jahren. Hier sind wir, wir schießen nach allen Projektionen in einen Bereich. Ende des Jahrhunderts Minimum 4 Grad plus, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wenn wir die Linie rüberziehen, dann sind wir bald in Temperaturbereichen, die gab es zuletzt vor ungefähr 6, 7 Millionen Jahren. Wenn Sie in die Fossilien mal reinschauen, Skelette von Tieren, die damals so rumliefen, die größten Landtiere, die es damals gab, waren ungefähr Größe einer Katze oder einer Ratte. Die Erde hat nichts Größeres sozusagen überhaupt tragen können, wenn man so will. Das waren die Zustände vor 5, 6 Millionen Jahren. In diesem Bereich, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir uns auch wieder temperaturtechnisch annähern. Und wir werden die Uhr wirklich um 50 Millionen Jahre oder sowas potenziell zurückdrehen. Das ist richtig, richtig krass. Also zusammenfassend, bevor wir uns eine kleine Pause gönnen. Es gibt gar keinen Zweifel, was es macht. Wir wissen, sind menschengemachte Emissionen ganz klar, CO2 ist ein ganz wichtiger. Methan wird jetzt wichtiger, ist zum Glück kurzlebiger. Wir wissen, dass es diese Kipppunkte im System gibt, die regional hier und da schon anfangen, aber wir haben sie wirklich nicht global überschritten. Deswegen ist auch noch ein bisschen Zeit, ist auch noch wirklich da. Aber wir müssen uns auch, was gerade in der Arktis passiert, müssen wir uns ganz, ganz genau angucken, weil das ist unsere Wetter- und Klimaschmiede hier auch für Mitteleuropa. Da entscheidet sich, wie es für uns auch weitergeht. aber tendenziell, wir werden uns an diesen heißeren Sommer und an dieser lange Phasen, wo wirklich ein Wettersystem verharrt, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Das wird unsere neue Norm, auf jeden Fall. Zeit ist sehr knapp. Abschließend noch, in Deutschland für 2019, Sie haben es bestimmt mitbekommen, jetzt was im Wald gerade abgeht. Wir haben massives Sterben, besonders bei den Fichten. Interessant ist hier, dass der Borkenkäfer ist hauptsächlich verantwortlich dafür. Der Borkenkäfer ist allerdings klimabedingt so erfolgreich. Der normale Zustand ist, dass Borkenkäfer bei normalen Temperaturen eine Brut in einem Jahr durchbekommt und die meisten Fichten haben das immer gut kontrollieren können, über Harz, was sie dann absondern, um diese kleinen Kärchen festzupinnen. Die letzten zwei Jahre haben wir so viel Wärmeenergie im Frühling und Sommer gehabt, dass drei Bruten nacheinander in einem Jahr erfolgreich sich haben, vermehren können. Und deswegen haben wir dieses massive Fichtensterben gerade. Die Bäume sind eh schon gestresst über fehlendes Wasser. Das heißt, sie können auch nicht das Harz produzieren, wie sie sonst als Abwehrmechanismus einfach haben könnten. Aber es ist jetzt derartig wirklich diese drei Bruten in einem Jahr. Das ist einzigartig. Das haben wir zweimal hintereinander gehabt. Und deswegen haben wir das massive Sterben. Im Sauerlandbereich, die Förste haben mir gesagt, wir werden unterhalb von 400 Metern Ende September keine Fichten mehr haben. Das wird 100% weg sein. Geht gar nichts mehr. Das ist wirklich drastisch. Hier sind noch so ein paar Zahlen für dieses Jahr. 2019 wird wahrscheinlich nur moderat kühler als 2018, vielleicht um 0,1 Grad. Wir sind eigentlich effektiv im selben Bereich. Und das richtig Katastrophale ist, dass die Dürre wirklich weiter angehalten hat. Ich wohne in Soos, da im Bördebereich, da hinten. Und wir haben Grundwasser, was ungefähr, das sitzt bei 1,9 Meter Tiefe. Sie finden kein Wasser da drüber. Das heißt, viele Bäume kommen nicht mehr dran, viele landwirtschaftliche Pflanzen kommen auch nicht mehr dran, das Ganze. Letztes Jahr war es noch bei ungefähr 80 Zentimetern. Dieses Jahr sind wir im Schnitt bei 1,9 Meter unten drunter. Das heißt, wir haben ein dauergestresstes System, was momentan das Überleben da sehr, sehr schwer macht. Und an diesem Punkt, glaube ich, habe ich Sie jetzt erstmal für den ersten Teil genug mit Fakten zugeballert. Der nächste Teil wird nicht ganz so faktisch und ich verspreche Ihnen, da kommt wesentlich mehr Hoffnung mit rein. Kurze Pause für 10 Minuten. Dankeschön. Applaus